Kalimera und willkommen zurück auf meinem Kanal Besser Urlauben. Ich bin zur Zeit auf Rodos unterwegs und präsentiere euch heute ein richtig cooles Hotel und zwar das Atrium Palace. Bis zum nächsten Mal. Das Atrium Palace ist ein Fünf-Sterne-Hotel und liegt ca. 45 Minuten vom Flughafen Rodos entfernt. Es liegt direkt am Kiestrand von Katalos. Das Schöne an einem Kiestrand ist, dass das Wasser dort extrem klar ist. Machen wir weiter mit insgesamt vier Zimmerkategorien. Einmal die Superior Villa, in der wir gewohnt haben, dann die sensationelle Präsidenten-Suite und ein normales Doppelzimmer, wie auch ein Doppelzimmer mit seitlichem Meerblick. In der Superior Villa haben wir uns pudelwohl gefühlt. Zum einen war die Villa für uns vier von der Größe her genau richtig und wir hatten absolute Privatsphäre. Zum Schaue die Überrage. So. Untertitelung des ZDF, 2020 Kommen wir nun zum Präsidentensuite. Die Tour dauert ca. 3 Minuten. Wem das jetzt zu lange ist, der kann gerne überspringen. Vielleicht gibt es aber auch Familien, die gerne zusammen Urlaub machen möchten. Da lohnt sich die Suite definitiv. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Dann gibt es noch den Hauptpool und noch einen weiteren kleinen Pool Am Hauptpool gibt es eine Poolbar und sogar ein kleines Babybecken Direkt am Hauptpool oder besser gesagt direkt unter dem Hauptrestaurant gibt es das Poseidon Pool à la carte Restaurant Hier gibt es die perfekte Auswahl an Essen während einem Pooltag Hierzu aus der Dann gibt es noch das sehr gute Asterias à la carte Restaurant. Hier kann man mittags und auch abends toll essen gehen. Dann gibt es natürlich auch noch das Hauptrestaurant. Direkt neben dem Hauptrestaurant und der Rezeption gibt es noch die Bar. Hier kann man innen wie auch außen wunderbar sitzen. Wer jetzt das ganze Essen abtrainieren möchte, kann das Barsender versuchen. Hier findet ihr neben Wellness auch ein Fitnessstudio. Ich würde euch gerne mehr zeigen, nur das größte Teil des Senders war wegen Corona geschlossen. Beenden wir das Video dort, wo der Urlaub im Hotel eigentlich anfängt. In der Lobby. Ja, das war's von mir hier aus Rhodos, hier aus dem Atrium Palace. Das ist ein ganz, ganz tolles Hotel, wie ihr ja gesehen habt. Ich kann es nur jedem empfehlen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst einen Daumen hoch da, abonniert den besseren Urlauben Kanal. In diesem Sinne, macht's gut und bis bald. 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 Bis bald.